In Ihrem Unternehmen entsteht Tag für Tag eine Unmenge von Dokumenten. Die darin enthaltenen Informationen sind der Dreh- und Angelpunkt für Ihren Erfolg. Mit jedem Dokument sind verschiedene Prozesse verbunden. Dokumente werden erstellt, weitergegeben, geprüft, abgelegt und vor allem ständig wieder gesucht. Das nimmt eine Menge Zeit und Ressourcen in Anspruch. Daher lohnt es sich, diese Prozesse genauer unter die Lupe zu nehmen und zu optimieren. Genau an dieser Stelle kommt das Dokumentenmanagementsystem, kurz DMS, ins Spiel. DMS ist gleichzeitig der Hauptbestandteil des sogenannten Enterprise Content Managements, auch ECM genannt. Mit einem DMS verbessern Sie Ihren Service für Ihre Kunden und Partner und sparen eine Menge Zeit und Geld. Schauen wir uns einen Geschäftsvorgang genauer an. Das aktuelle Angebot könnte als Excel- oder Word-Datei im Filesystem auf dem lokalen Rechner oder einem Server abgelegt sein. Die E-Mail-Korrespondenz mit Ihrem Kunden ist auf dem Exchange- oder Notes-Server gespeichert. Die Bestellung liegt als Papierdokument im Aktenordner und die Rechnung ist im Buchhaltungsprogramm gespeichert. Ruft ein Kunde an, müssen Sie all diese Dokumente von den unterschiedlichen Ablageorten zusammensuchen. Und wenn ein Papierdokument gerade bei einem Kollegen liegt, der nicht da ist, steht der Vorgang still. So kann Ihr Unternehmen nicht schnell genug reagieren und die Kundenbeziehung verschlechtert sich. Unternehmen, die ein Dokumentenmanagementsystem einsetzen, haben hier deutliche Vorteile. Das DMS verwaltet alle Dokumente, die im täglichen Geschäft anfallen, richtig geordnet im zentralen Archiv. Und jeder berechtigte Mitarbeiter hat von jedem Arbeitsplatz aus Zugriff auf diese Dokumente. Über eine Suche nach vordefinierten Indexbegriffen oder eine Volltextsuche über die gesamten Inhalte aller Dokumente, haben Sie innerhalb von Sekunden den gesamten Vorgang im Überblick. In der Ergebnisliste werden alle Dokumente übersichtlich angezeigt und können mit einem Mausklick geöffnet werden. Egal ob Papierdokument, E-Mail, Word-Datei, Fax oder sogar Bild- oder Videodatei. So können Sie sekundenschnell auf Anfragen reagieren. Sie sparen Zeit und Ihre Kunden und Partner werden zufrieden sein. Ein DMS leistet aber noch viel mehr als das. Es hilft Ihnen auch dabei, Ihre internen Workflows zu optimieren. Sehen wir uns zum Beispiel den Vorgang der Rechnungsprüfung an. Ohne DMS werden dabei alle Dokumente von Hand weitergegeben und bleiben bis zur Bearbeitung in der privaten Ablage liegen, auch wenn der Kollege gerade unterwegs ist. Stellt dieser später fest, dass er gar nicht zuständig ist, gibt er die Rechnung zurück und der Ablauf beginnt von vorne. Mit einem DMS ändert sich nichts an dem Prozess der Rechnungsprüfung an sich. Rechnungen, die zur Freigabe anstehen, werden aber nicht in Papierform, sondern digital weitergegeben und bleiben dabei im zentralen Archiv gespeichert. Der Kostenstellenleiter kann die Rechnung von einem beliebigen Arbeitsplatz, zum Beispiel auch unterwegs, prüfen und mit einem digitalen Stempel freigeben. Währenddessen haben trotzdem alle Berechtigten Zugriff auf das Dokument und der Status des Vorgangs ist zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich. Das schafft Transparenz, kein Dokument geht verloren und durch die schnelle Bearbeitung halten Sie's Kontofristen problemlos ein. Sie fragen sich jetzt sicherlich, wie denn eigentlich all Ihre Dokumente in das zentrale Archiv gelangen. Die Digitalisierung ist je nach Dokumenttyp teilweise oder vollständig automatisiert und damit denkbar einfach. Papierbasierte Dokumente, wie zum Beispiel Rechnungen, Briefe oder ältere Ausdrucke, werden eingescannt. Jedem Dokument werden nach dem Scannen Begriffe zugewiesen. Viele Schlagworte können dabei automatisch während des Scanvorgangs ausgelesen werden. Moderne Dokumentenmanagementsysteme können auch direkt in Softwareprodukte zahlreicher anderer Hersteller integriert werden. Dokumente, die bereits in digitaler Form vorliegen, wie zum Beispiel PDF, CAD oder Word-Dateien, legen Sie einfach per Drag & Drop oder durch einen speziellen Druckertreiber im Archiv des DMS ab. Dabei vergeben Sie selbst Schlagworte für das spätere Schnelle Auffinden oder Sie verwenden Automatismen, die zum Beispiel bei einer Ausgangsrechnung bestimmte Schlagworte direkt aus dem Dokument auslesen. E-Mails werden direkt aus Ihrem E-Mail-Programm heraus automatisch abgelegt und mit den notwendigen Indexbegriffen wie Absender, Empfänger und Betreff versehen. Durch die Verknüpfung mit Ihrer Kontaktdatenbank kann zusätzlich der vollständige Name und die Firma des Empfängers automatisch ausgelesen werden. Sie sehen, ein DMS kann in jede Infrastruktur integriert und auf jede Unternehmensstruktur angepasst werden. Die Prozesse und Workflows in einer Firma bleiben dabei erhalten. Sie laufen nur digital ab, ohne lange Wege oder Wartezeiten. Die Dokumente liegen gesammelt, geordnet und langzeitarchiviert in einem digitalen Dokumentenpool. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile eines DMS im Überblick. All Ihre Dokumente befinden sich in einem zentralen Archiv und Sie können jederzeit darauf zugreifen, unabhängig von Dateiformat, Alter oder Verfasser eines Dokuments und dank des Webzugriffs sogar unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Nach der teil- oder vollautomatischen Ablage können Sie das Archiv sekundenschnell und vollständig durchsuchen. Zusätzlich steigern Sie Ihre Effizienz durch Workflows, die Ihre Prozesse optimieren und für Transparenz sorgen. Sie sparen Platz, schützen Ihre Dokumente vor Feuer- oder Wasserschäden und können noch Jahre später einfach und schnell darauf zugreifen. Dabei werden jederzeit alle gesetzlichen Aufbewahrungspflichten eingehalten. Jetzt mal ehrlich, das ist doch auch was für Sie! Jetzt mal gleich, das ist doch auch hassen! Untertitelung des ZDF, 2020